Der erste Eindruck, den man wahrscheinlich von Sam Nauen hat, ist die duty-free Läden, die vielleicht auch ein wenig überraschen. Aber kaum läuft man fünf Minuten aus dem Dörfli raus, ist man so draussen in der Natur. Man hat eine so vielseitige Pflanzenvielfalt, die fast nicht zu übertreffen ist. Ich bin Daniela Per-Friedli, ich bin Mitinhaberin der Drogerie Sam Nauen. Im Winter bin ich Ski- und Snowboardlehrerin und bin ein absoluter Naturmensch. Ich komme aus dem Berner Oberland, habe mich als Drogistin für diesen Beruf entschieden, weil ich gerne auch bei der Natur bin und man das optimal mit den Heilpflanzen der Drogerie verbinden kann. Nach der Ausbildung kam ich hier auf Sam Nauen und konnte mich hier verwirklichen. und treu im Leben, das ich mir gewünscht habe. Früher durfte ich Sam Nauen als Bikerin und als Kletterin und eben als Skifahrerin kennenlernen. Und jetzt kann ich ganz neue Seiten nochmal entdecken, mit dem Sohn und dem Mann. Mit kleineren Türen, ein wenig bescheidener, aber Sam Nauen hat auch nicht so viel zu bieten, auch für Familien. Wir haben ganz tolle Murmeltierölsalben bei uns im Geschäft. Wir haben auch die Thymian Salbei Salbe, die Erkältungen. Und ich denke, das ist das Schöne, wenn man hier oben beim Wandern die Munkerkörpfe und weiss, dass sie uns auch gesundheitlich einen tollen Nutzen bringen. Wir sind hier auf dem Jetmode. Das ist meine Kraftquelle. Ich komme auch gerne am Feierabendmal noch rein. Es ist einfach ein Stückchen heile Welt hier oben. Ich habe jetzt hier so viele Träume verwirklichen können mit einer Familie, mit einer Drogerie. Und ja, ich bin happy.